herzlich willkommen zum roger league igl turnier der vierten woche mit kelle wieder best of five hoffentlich gewinnen wir heute wieder alle drei spieler ohne eins zu verlieren nicht so wie letzte woche wie letzte woche vorher so boost weiter hier abgreifen weg geht er nicht zu 7 boost ja aktuell sind wir noch in den top 20 von ungefähr 280 teams also alles im grünen bereich relevant ist ja eben nur erstmal in die playoffs kommen und den playoffs gewinnen wir haben unsere klaren haben nicht gerne der namen ist auch nicht richtig ist auch so die heißen anders ich weiß es gar nicht gerade aus dem kopf wie die heißen aber definitiv nicht so ihr seht es ja in der video beschreibung wie die heißen was direkt abklatschen bekommen anscheinend hat es halt gegen mich schon kurz ja mal eben angucken wow kelle skippen was ist denn du für ein assi ja ich muss einen schluck trinken hast du nicht gehört wie ich vielleicht auch zugedreht habe habe ich nicht gehört hat die aufnahme auch nicht gehört hat der gegner ist auch kurz gedacht da wusste glaube ich nicht was er machen soll ja auf jeden fall die falsche entscheidung ja das ist auch asozial wenn er aus dem blinden winkel ankommt ja 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 ich bin Again ich will eine parade dafür das wichtig die will sie wieder ich will nochmal brükkwall ja dass wir am ende das team im wenigsten gegenkorn insgesamt bin, das reicht mir nicht aktuell sind wir gut dabei ne ja aktuell sind wir dafür da wir haben ja halt noch ein spiel weniger jetzt Wenn wir weniger als vier Tore gehen, müssten wir in der Führung bleiben. Wobei man auch sagen muss, bei Matches, wo die Gegner nicht angetreten sind, da zählt das dann halt auch mit rein. Dann haben die halt keine Gegentore bekommen dafür aufs Match. Gab's das denn schon öfter? Ja, ich glaube, im ersten Spiel gab's da welche, die da direkt nicht konnten oder nicht gespielt haben oder so. Sehr gut, hast du ihn da weggekickt? Ja, wir sind zusammengestoßen, unabsichtlich. War gut. Sehr schön. Hier ist auch immer Full Risk, ne? Warum? Ich höre nicht, dass du drängst. So ist es nicht. Klickst du mal schon weiter. Ja, wäre auch kein Assi und halt da auf. Nee, ist nicht mit mir. Heute gibt's keine Gegentore. Jetzt hast du es hier gecord. Fahr schnell zurück, ich bin nicht antwortweise da. Ich bin nicht antworten, okay. Dann bist du ja immer auch Schicht, oder? Nee, ich glaube, beim ersten Mal nicht. Da konnten wir uns das, glaube ich, aussuchen. Da hatten die doch gefragt. Achso, jetzt wieder Schicht. Boah. Orange oder Blue. Oh, sorry. Nicht rangehen, dort wäre er ganz böse geworden. Ah, gut. So war auch scheiße. Das war es, glaube ich. einen Abtun-Fehlstart. Er kann nicht skippen. Vielleicht wollte er aber trinken. Oh, come on! Oh! Ach, da war ich doch dran! Oh, da wo ich mich entspann. Da war ich zuerst dran, lol. Aber gut, kriegt er den Boost. Oh, das stimmt. Guck. Oh, zu kommen. Marker, jetzt kannst du aber auch heute noch mal skippen. So oft kann ich eine Gurke nicht trinken. 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 Alter. Oh, das kann ich fahr sein. So oft kann ich eine Gurke nicht trinken. So oft kann ich einen anderen Druck bewerben. Es ist das Ding, die ich mache. Das ist das Ding ist literally radiat der Beredel. Das ist das Ding. Das ist das Ding. Ich habe das Ding. kein gegner kriegen sonst werden zeit aufgebaut bei dem mann warum macht er der rückwärts rolle Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 Ich mach Kann nicht fau sein Kann ich boost 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 Oh, fuck Oh, fuck Tschüssi Wenn wir richtig ranzig Not so easy Ne, das Spiel war einfacher Na ja, wie schon Weil sie haben das Spiel durchgetauscht, war deswegen vielleicht einer nicht da? Weiß ich nicht Meinst du den anderen mal eben an Controller gesetzt? Weiß ich nicht, ich habe auf den Namen nicht geschickt, also na, dafür haben sie gewechselt Dürfen sie doch Dürfen sie doch Ja, das brauche ich nicht Ach, ne Feine Güte Okay Wir haben ja deswegen ja extra den Termin verschoben, dass er da mit seinem Hauptmage spielen kann Keine Ahnung Nicht gut Makai jetzt, gib die Scheiße Probieren wir rüber, ich brauche hier hinten Das kann nicht angehen Das kann nicht angehen Man, hätte ich 100 Boost, kann ich da hinterher fliegen Ich komme leid, aber direkt vor meiner Nase, wenn ich das oben schwimmen darf Na, oh Oh, das wäre es jetzt aber gewesen Ja, ich habe jetzt auch Temporologie gehabt Das kriegen wir sowieso noch Ja, das war richtig Lässt mir ihn hinten übrig Das ist jetzt gleich gut Das ist jetzt gleich gut Ja, genau vor Fresse des Gegners Ja, genau vor Fresse des Gegners Oh, kann ich verleid sein? Oh, hat der den ganzen Boost her? Oh, ich falle Mach ihn Er macht ihn Er macht ihn Jetzt, jetzt Jawohl Jawohl 1-0 1-0 Sehr gut Ich habe gedacht, du hättest ihn hochgejagt Ne Du bist deswegen voll Gas hingeeiert oder? Oh, da will ich schon direkt drauf zu Ja Ja Wäre ich es wirklich gewesen, wäre er hier Ja Ach, Mann Von Beiweg schmieren Wie spawnt der Boost vor sein Ja Fuck Ich habe noch ein paar Ich habe noch Ich habe noch Ja Wir lassen Ich habe noch acht Wird Ihr Ja Verweil Ich habe noch Verweil die 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 Ja, ich habe den Eiffel geholfen. Oh Okay Das ist ja schon. Das wär's auch nicht zu deinem Paranus zeichnen. Ach, Codemasters. Oh man, voll mich ran, den weg, nix passiert. Auf einmal fahren wir miteinander anstatt dass er zur Seite fetzt. Bis zum nächsten Mal. Das könnte eklig werden. Ja, wird richtig eklig. Ach, Mann! Ja, 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 Mann! Ja! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann!